Herzlich Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Heute möchte ich gerne mit euch über eine ganz kleine Sequenz sprechen, die mir vorgestern vorgeschlagen worden ist, welches ich heute zu meinem Thema mache, zu meinem Videothema. Es geht um Katja Krasavice. Wer Katja Krasavice nicht kennt, Katja ist dafür bekannt, dass sie auf YouTube mit ziemlich pikanten Videos angefangen hat. Viele dieser Videos hat sie schon mittlerweile runtergenommen. Ich meine, keins dieser Videos ist überhaupt noch online. So hat ihre Karriere quasi begonnen. Dabei war ganz auffällig, dass die Brüste sehr penetrant in die Kamera gehalten worden ist. Ziemlich, ich weiß nicht, die Sprache hatte auch schon viel ausgemacht und so weiter und so fort. Da gab es noch viel, viel mehr. Das war nicht alles. Irgendwann später hat sie mit einem Onlyfans angefangen. Erinnert ihr euch damals noch? Ich habe damals sogar noch ihr Onlyfans gekauft. Die ziehen einfach 30 Dollar von mir ab, weil auch noch scheiß Textes dazukommen. Ich kann das nicht glauben. Und ich hoffe, ich habe es gekündigt. Das war nämlich vor zwei Jahren, meine ich. Stellt euch mal vor, und ich bezahle monatlich meinen Beitrag für ihren Content, den ich mir noch nicht mal reinziehe. Und irgendwann vor Onlyfans hat Katja Krasavice mit Musik angefangen. Man kann sich wirklich über Musikgeschmäcker streiten. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, wenn dir eine Person vom Aussehen gefällt, da lässt sich drüber streiten, okay? Geschmäcker sind verschieden. Ich persönlich denke auch, dass sie nicht wirklich Talent hat. Aber das ist heutzutage nicht wirklich erforderlich, um erfolgreich zu sein. Vielleicht würden einige sagen, dass sie sehr erfolgreich ist in dem, was sie tut. Ich muss dazu sagen, dass viele Menschen, viele Individuen erfolgreich sein, anders interpretieren. Für den einen ist es vielleicht viel Geld, viel materielle Luxusgüter und so weiter. Und für den anderen ist es vielleicht nur eine kleine Family in einem kleinen Haus. Damit sind viele auch schon sehr glücklich. Deswegen kann ich dazu nur sagen, dass Erfolg ein sehr facettenreiches Konzept ist. Warum ich dieses Thema heute aufgreife, liegt daran, weil Katja in ihrer Podcast-Folge das hier gesagt hat. Bist halt erfolgreich, weil du dich ausziehst. Zieht euch aus und probiert es. Und ihr werdet sehen, es ist ein sehr harter Weg. Der dreckigste Weg, den ihr wählen könnt. Und der schwerste wird sein, wenn ihr euch als Frau auszieht. Weil ihr werdet nur Steine in den Weg gelegt bekommen. Ihr werdet beleidigt, ihr werdet gemobbt, ihr werdet geslutschämt und ihr werdet runtergedrückt. Jeder Erfolg, den ihr erreicht, ist ja angeblich nur, weil ihr euch auszieht. Deswegen bitte alle Menschen, Mann oder Frau, die irgendwas dagegen haben, zieht euch aus, macht das auch. Dann werdet ihr sehen, ob ihr so erfolgreich werdet. Ich sage euch nur, das ist einer der schwersten Wege, erfolgreich zu werden, wenn ihr das macht. Es war eine sehr kleine Sequenz. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht mehr anschauen müssen oder brauchen. Genau dazu will ich meinen Senf geben. Es war das Erfolgreichsein oder Erfolg haben nicht unbedingt. auf die Sexualisierung zurückzuführen ist, also ob du dadurch schneller erfolgreich wirst oder erfolgreicher als andere wirst. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, es ist bekannt, dass es Branchen gibt, dieses Wort, das ich niemals in meinem Leben aussprechen kann, die genau darauf abzielen, die Sexualisierung von Frauen zu ihrer Marketingstrategie machen. Das ist nichts Neues. Dass das deine Marke wird. Genauso wie bei Katja. Es gibt genügend Unternehmen, die häufig sexuelle Bilder verwenden, um eben Aufmerksamkeit auf Produkte oder Parfüm oder was auch immer zu lenken. Und ich sage euch mal was und das ist Insiderwissen. Für manche Unternehmen funktioniert diese Art von Strategie, Marketingstrategie, besser, als wenn sie Werbung auf Instagram oder Facebook oder sonst wo schalten, weil das einfach viel riskanter ist. Das ist halt quasi die altbewährte Strategie, die man damals schon verwendet hat. Warum sollte sie, wenn sie damals funktioniert hat, warum sollte sie heute nicht funktionieren? Es funktioniert bis heute. Ich will dazu sagen, dass es nicht unbedingt heißt, okay, wenn du dich ausziehst, dass du irgendwie mehr Verkäufe generierst. Das ist nicht zwangsläufig damit verbunden. Aber in erster Linie geht es darum, dass du Aufmerksamkeit erzielst. Und das schafft Katja sehr, sehr gut. Guck mal, wenn du ein Produkt verkaufen willst, sagen wir, AX ist die beste Werbung in der Vergangenheit gewesen, die haben sehr oft auf Sexualisierung gesetzt, okay? Dieses sexuelle Bild, was vermarktet worden ist, lässt das Produkt definitiv attraktiver aussehen. Und Katja, das ist bei dir der Fall. Deine komplette Internetpräsenz basiert nur darauf. Und sei mal dahingestellt, ob das wirklich du bist oder ob du dich nur so vermarktest. Fakt ist, und was du auch erkannt hast, was ich jetzt einfach nur zusammenfasse in einem Satz, ist, dass genau diese Strategie eben schädliche Stereotypen aufrechterhält. Das ist ein sehr harter Weg. Der dreckigste Weg, den ihr wählen könnt und der schwerste wird sein, wenn ihr euch als Frau auszieht. Weil ihr werdet nur Steine in den Weg gelegt bekommen. Ihr werdet beleidigt, ihr werdet gemobbt, ihr werdet geslutschämt und ihr werdet runtergedrückt. Wo du aber leider aufgehört hast, weiterzudenken, was ich wirklich sehr schade finde, ist, dass diese Art von Strategie Frauen weiterhin objektifiziert und sie ausbeutet. Zu sagen, dass Nacktheit alleine nicht helfen würde, um erfolgreich zu sein, ich kann mich da ehrlich gesagt nicht anschließen. Früher hat es auf jeden Fall mehr gebraucht, um erfolgreich zu sein. Das Ganze basierte auf deine Fähigkeiten und auf deine Talente. heutzutage ist es tatsächlich viel einfacher, famed zu werden und erfolgreich zu sein. Meiner Meinung nach wird man heutzutage mehr denn je auf die körperliche Attraktivität reduziert. Katja ist dabei überhaupt kein Einzelfall. Ein anderes Beispiel im deutschsprachigen Raum ist Shirin David. Ganz auffällig ist dabei, wie beide sich so lange umoperieren, bis sie eben nicht mehr der Norm entsprechen. Das erregt Aufmerksamkeit. Du kannst mir nicht sagen, dass das nicht gewollt ist. Wie Katja das in diesem Podcast erzählt hat, hat ehrlich gesagt auf mich den Eindruck erweckt, dass sie so ein bisschen Mitleid erregen will. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Das war meine, mein Empfinden. Hab ich Mitleid mit Katja? Ich würde sagen, jein. Es ist sehr schwer, gerade wenn du jung mit sowas anfängst und Katja war ziemlich jung. Als junge Frau bist du dir nicht wirklich bewusst, was so eine Marketingstrategie, sich selbst so zu sexualisieren im Internet, was das langfristig für Auswirkungen haben kann. Und das betrifft nicht nur Katja, das sind etliche andere Frauen im Internet, die diesen Weg wählen und sich so vermarkten möchten. Ich lasse jetzt mal komplett außer Acht, was das für einen Einfluss auf junge Frauen nehmen kann, auf Konsumentinnen nehmen kann, die halt ihre Bilder konsumieren und sie anschauen und bla bla bla, ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Jemand, der sich entscheidet, bewusst diesen Weg zu gehen, wird früher oder später richtig schnell feststellen, dass es Wachstumseinschränkungen und Entwicklungseinschränkungen geben wird, weil du immer wieder nur darauf runter reduziert wirst. Mia Kiefer ist für mich mit Abstand das beste Beispiel. Damals hat sie auch ein Interview gegeben und gesagt, mit was für einem Image sie jetzt langfristig dealen muss. Ich denke, es kippt in meistens, wenn ich in öffentlich rausgehe. Das, was sie damals gemacht hat, hat sie extrem bereut. Stellt euch mal vor, Katja sagt jetzt, nee, ich habe keine Lust mehr, mich nackt zu zeigen. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte jetzt einfach mich komplett bedeckt kleiden und meine Marke auch bedeckt vermarkten und so weiter. Ich frage mich, ob diese Marke dann überhaupt noch existieren würde. Das ist ehrlich gesagt alles, was ich dazu sagen kann. Wenn ihr irgendwie noch was habt, was ihr gerne ergänzen wollt, dann lasst es gerne in den Kommentaren da. Ich werde es mir durchlesen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video, Freunde. Ciao. Ciao. Ciao.